Wie löse ich die wirklich hartnäckigen Probleme? Vielleicht kennen Sie das auch. Es gibt manchmal Themen im Unternehmen, im Team oder auch privat, die sind wirklich hartnäckig. Und obwohl Sie schon ganz viel Energie investiert haben, um das zu lösen, es bewegt sich einfach nichts. In diesem Kurzvideo möchte ich Ihnen Ansätze aus meinem Spiritual Leadership Coaching und aus meiner psychologischen Praxis geben, also bleiben Sie dran. Wirklich hartnäckige Probleme lösen, hier kommen die Tipps. Tipp Nummer 1. Versuchen Sie eine Zeit lang, das Problem nicht durch äußere Aktivitäten zu lösen. Werden Sie ruhig damit, auch wenn das nicht so einfach ist. Dass in der Ruhe die Kraft liegt, diesen Spruch kennen Sie wahrscheinlich. Er muss aber, damit er nicht nur ein flacher Kalenderspruch bleibt und wirklich wirksam wird, ergänzt werden. Und bitte lassen Sie sich das jetzt auf der Zunge zergehen. In der Ruhe liegt nicht nur die Kraft, sondern Ihre spirituelle Kraft verborgen. Wenn Sie es also schaffen, egal was ansteht, sich damit zu verbinden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dort aus dem Feld der unendlichen Möglichkeiten, mit dem Sie dann verbunden sind, eine Lösung auftaucht. Natürlich ist Ihre Geduld erforderlich. Einmal sich damit verbinden und schnippt. Die Lösung ist da, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also dranbleiben lohnt sich. Tipp Nummer 2. Sich vollständig in das Problem hineinfühlen. Nach meiner Erfahrung sind Probleme oft deshalb noch da, weil wir uns noch nicht auf den Grund des Problems gefühlt haben. Wenn wir uns vollständig auf das Fühlen des Problems und der damit verbundenen Emotion einlassen könnten, würden wir am Ende dieses Fühlprozesses aus dem Raum der Enge und Anspannung heraustreten können und in einen Raum der Freiheit und Weite gelangen. Das bedeutet, fühlen befreit aus dem Klammergriff und das blockierte Problemlösungspotenzial wird frei. Tipp Nummer 3 ist, identifizieren Sie sich mit dem Problem. Psychologische Tools können auch helfen, um hartnäckige Probleme loszuwerden oder zu verändern. Als Gestalttherapeut oder Gestaltberater verwende ich gerne folgende Übung. Stellen Sie sich einmal vor, das Problem, mit dem Sie kämpfen, sitzt Ihnen gegenüber auf einem Stuhl. Vielleicht haben Sie ein Team, das immer schwierig ist oder einen einzelnen Mitarbeiter. Oder Sie haben einen Kunden, der Sie zur Weißstuhl bringt. Oder vielleicht ein technisches Problem. Sprechen Sie das Problem an, als wäre es eine Person, auch wenn es keine einzelne Person ist. Sagen Sie diesem imaginierten Problem auf dem Stuhl gegenüber genau, was Sie stresst, was Sie stört, was Sie reizt, was Sie ärgert und auch was Sie empfinden. Sparen Sie dabei Ihre Gefühle nicht aus. Wenn Sie jetzt alles gesagt haben, was Sie sagen wollten, wechseln Sie auf den Stuhl gegenüber. Fühlen Sie sich jetzt in das Problem hinein, als wären Sie selbst das Problem der problematischen Mitarbeiter, der schwierige Kunde oder das technische Problem. Diese Stuhlwechselmethode hilft Ihnen besser, sich in das Problem hineinzufühlen, als wie wenn Sie das nur gedanklich tun würden. Sie können damit besser das Problem von innen spüren und fühlen. Von diesem innen heraus schauen Sie sich jetzt selbst an. Was würden Sie sich selbst auf diesen gegenüberliegenden Stuhl antworten? Sagen Sie jetzt alles, was Sie zu sagen haben und wechseln dann wieder den Stuhl und hören Sie sich selbst als Sie selbst zu. Schauen Sie jetzt wiederum, was Sie als nächstes zu dem Problem sagen würden. Wechseln Sie den Stuhl und hören Sie wieder die Antwort. Tun Sie das so lange, bis Sie neue Einsichten und Erkenntnisse gewonnen haben. Das gelingt Ihnen sicher. Das war jetzt Tipp Nummer drei. Ich freue mich, wenn Ihnen die Tipps weitergeholfen haben und Sie diesen Beitrag liken, kommentieren, weiterempfehlen und natürlich meinen Kanal abonnieren. Schauen Sie sich nicht, wenn Sie Hilfe benötigen bei der Umsetzung der Tipps oder Ihre Herausforderung ganz persönlich mit mir besprechen wollen, mich zu kontaktieren. Dazu können Sie einen ersten kostenfreien Termin vereinbaren. Den Link dazu finden Sie unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihr Daniel Hoch